Man hört ja auch in der ganzen Szene, dass so das eins der wichtigsten Themen ist, die man am Anfang braucht. Was ist dir überhaupt wichtig? Weißt du überhaupt, woran du ein gutes CRM erkennst? So nach dem Motto, dieses digitale Ding, das löst jetzt meine Probleme und damit werde ich jetzt Geld verdienen. Und dann fängt diese Optimierungswahn an. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Immolution Podcast. Heute reden wir mal über das Thema CRM und warum das CRM nicht dein Problemlöser ist. Darüber reden wir jetzt mal. Warum habe ich das im Intro jetzt so gesagt? Ganz einfach, ist eine Sache, die ich super oft höre. Hast du Prozesse? Ja, ich habe ein CRM. Also Prozess gleich CRM. Und vor allem, dass sich Leute auf diese Thematiken stürzen, die vielleicht noch gar nicht so weit sind. Die so viel Aufmerksamkeit in dieses Thema reinstecken, als würde das jetzt Umsatz für einen machen. Als würde das jetzt quasi dein Konto füllen, dass du ein CRM hast. Also die Art und Weise, wie das angesehen wird, das Thema CRM, das ist ein wichtiger Punkt meiner Meinung nach. Und da sollten wir jetzt mal ein bisschen drüber sprechen. Ja, das sehe ich ganz genauso. Das ist tatsächlich ein ganz, ganz großes Thema. Und zuallererst mal würde ich tatsächlich mal bei einem Makler anfangen, der wirklich so anfängt, so Beginner ist. Und man hört ja auch generell in der ganzen Szene, dass so das eins der wichtigsten Themen ist, die man am Anfang braucht. Und das Ding ist, dass wenn ich mit Maklern spreche und frage, welche Anforderungen hast du denn überhaupt an ein CRM? Was ist dir überhaupt wichtig? Weißt du überhaupt, woran du ein gutes CRM erkennst? Dann habe ich meistens direkt so eine Verzögerung, weil die Leute nicht, viele nicht wissen, ich will jetzt nicht sagen alle, aber viele gar nicht wissen, was braucht er eigentlich? Also das heißt, im Prinzip geht das Ding schon los, dass die CRM-Hersteller, also die Entwickler, dass die sagen, hey, wir haben das und das brauchst du. Das ist ja auch erstmal eine legitime Aussage. Genau, das ist aber die Verkaufsseite, das ist die Sales-Seite, das ist die Vertriebsseite desjenigen, der das macht. Wenn du aber selber nicht dir darüber im Klaren bist, welche Bedürfnisse, also was du brauchst und was dein Bedarf ist. Und auch wann. Genau, und auch wann. Dann stehst du eigentlich schon mit einem Bein in der Fehlentscheidung. Weil du dann ja den Leuten Glauben schenken musst, die dir was erzählen, weil du selber ja keine Ahnung davon hast. Ja klar, weil dann bist du eigentlich sozusagen ein Interessent und du sagst, oh ja, geil, tu, cool. Aber du kannst es ja gar nicht einordnen in der Wichtigkeit, in der Priorisierung und so weiter. Also fangen wir mal an von unten, was braucht denn überhaupt so ein Quereinsteiger? So ein Quereinsteiger, der kennt ja eigentlich die Prozesse noch gar nicht, die Abläufe, sagen wir es mal so. Der Quereinsteiger, der muss erstmal ein paar Dinge wirklich manuell machen. Und zwar einmal das Thema, wie akquiriere ich einen Kunden, wie mache ich einen Alleinauftrag und wie verkaufe ich eine Immobilie. So, ey, da musst du halt mal 100 Anfragen mal manuell beantworten. Wer mit uns zusammenarbeitet, kriegt schon die Vorlagen dafür. Ist es nur Copy-Paste? Damit ich überhaupt ein Verstehen bekomme. Genau, richtig. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Weil schau mal, wenn wir jetzt mal ganz, ganz quasi neutral auf die Sache schauen. Ein CM ist ja erstmal, macht ja nichts anderes als Workflows digital und einfacher abzubilden. Im Idealfall. Im Idealfall, so. Aber setzen wir jetzt mal den Idealfall voraus. Was bedeutet das jetzt also schon? Es liegt schon im Namen. Also einfacher Dinge abzubilden. Einfacher ist ja schon eine Sache von Optimierung. Ja. Also ein CM. Der Einfachen, genau. Genau, ein CM kommt erst in einer Entwicklungsstufe deines Unternehmens, in einer Optimierungsstufe deines Vorhabens. Genau. Aber das ist ja nicht deine Geschäftsgrundlage. Exakt. Das heißt, wenn du noch keine Geschäftsgrundlage hast, kannst du auch mehrere Hunderttausende von Euros und mehrere Objekte erstmal umsetzen, um überhaupt erstmal ein Gefühl für das Business zu bekommen und deine operativen Prozesse erstmal für dich selber gerade zu ziehen. Exakt. Kannst du eine Excel-Liste machen oder was auch immer es nachher ist. Exakt, genau so ist es. Genau, das ist der wichtige Punkt. Du sagst das vollkommen korrekt. Der erste, wichtig, und wir wollen hier auch gar keine bestimmte CRM-Software jetzt hier abwerten. Nein, das CRM ist ja eine gute Sache. Also so ist das nicht. Das Ding ist, am Anfang, wenn ich starte, also als Quereinsteiger, ist das Hauptziel, Umsatz zu machen. Geld zu verdienen und nicht Geld auszugeben. Ist der First Step. Weil um Geld zu verdienen, muss ich auf jeden Fall die Portale. Und auch da schließe ich keine Abos am Anfang ab, sondern ich buche sie erstmal einzeln. Damit ich flexibel bleibe, auch wenn das vielleicht teurer ist als ein Abo-Abo-Ding. Aber das Ding ist, ich mache keine Abo-Falle. Ich laufe am Anfang in dem Start und das ist immer wieder zu beobachten, dass alle in eine Abo-Falle reinlaufen. Das heißt, das brauchst du, das brauchst du, das brauchst du. Und dann hast du noch keinen Handschlag getan. Du weißt eigentlich noch gar nicht, wie dein Business funktioniert und hast schon 2000 Euro an Kosten an der Hose. Das ist ja dumm. Das macht überhaupt keinen Sinn. Okay? Also erstmal Geld verdienen und nicht Geld ausgeben. Erster Schritt. Dann ein paar coole Excel-Tabellen, die es natürlich bei uns auch in Zukunft geben wird. Für die Einsteiger, für die Quereinsteiger. Aber das mal nur by the way. Das heißt also, damit fängst du an. Dann hast du mal deine ersten drei, vier, fünf Geschäfte gemacht und du weißt, wie es funktioniert. So, und jetzt fängt es langsam an, interessant zu werden und zwar eine CRM zu haben oder das Ganze zu managen auf einer Easy-Go-Ebene und auf einer niedrigen Eingangsstufe. Da bringt mir natürlich jetzt nichts, jetzt kommt nämlich das Thema, hast du überhaupt die Ressourcen, hast du überhaupt die Ressourcen, die Zeit, dich jetzt damit auseinanderzusetzen, um das Ding überhaupt so zu konfigurieren, geschweige denn überhaupt Ahnung, Wissen und Verstehen, das Ding so zu konfigurieren, wie du es brauchst. Ja, und da möchte ich jetzt ganz kurz was zu sagen, weil dieses Thema gerade mit so digitalen Sachen, das ist ja teilweise schon ein Wahn, der bei vielen Leuten entsteht, so nach dem Motto, das ist jetzt die magische Pille, dieses digitale Ding, das löst jetzt meine Probleme und damit werde ich jetzt Geld verdienen. Und dann fängt dieser Optimierungswahn an, totaler Bullshit. Frag dich doch mal, was würde denn passieren, wenn du die gleiche Zeit, die du reinsteckst, um das CRM überhaupt erstmal richtig geil aufzubauen und aufzusetzen, die Zeit. Rechne dir das mal aus, was es dir bringen würde, wenn du diese Zeit rein investierst, um deine Dienstleistungen zu verkaufen, um rauszugehen, um Netzwerk aufzubauen, um Marketingkampagnen an den Start zu bringen, um dich am Standort bekannt zu machen. Also wenn du diese Zeit dafür nutzt, ist der Return im ersten Schritt erstmal viel, 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 viel größer. Und das ist ja auch die Grundlage, weil jetzt fragen ja die Leute, was soll ich denn jetzt am Anfang tun genau das? Du musst überhaupt erstmal lernen, wie mache ich mich am Standort wirklich bekannt? Was sind die Dinge, die funktionieren und wie funktionieren sie? Wie lerne ich meine Dienstleistungen richtig zu verkaufen? Wie spreche ich die Sprache der Verkäufer, ohne absurde Preise annehmen zu müssen, um Geld zu verdienen? Und so weiter und so fort. Und was sind überhaupt die Prozesse, die ich in der Praxis da draußen anwenden muss? Damit mein Geschäft überhaupt funktioniert. Exakt. Wirklich, absolut 100 Prozent. Die Wahrheit, das ist ja die Wahrheit. Die können ja jetzt wieder nur der ein oder andere wieder schwer haben. Aber die Wahrheit ist, in der ersten Stufe Geld verdienen, dann Geld ausgeben, dann einfach… Geld ausgeben ist falsch, Geld investieren. Genau, exakt. Das heißt, dann kommt der Punkt, weil zuallererst, und das ist ja der große Teil der Makler, nutzt ja ein CRM. Gar nicht als CRM, sondern als Kontaktverwaltungsprogramm. Und das ist es ja nicht. Sondern nur mal als Beispiel und auch eine Frage jetzt hier, könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ist das Ding, wer hat denn überhaupt eine Deal-Pipeline in seiner CRM abgebildet? Also eine Deal-Pipeline heißt… Mit wirklichen Automatismen auch dahinter. Genau, eine Deal-Pipeline. Also das heißt wirklich angefangen vorne bei der Akquisition von Verkäufern. Dann im nächsten Schritt kommen Einkaufstermine zustande. Dass sie auch verschoben werden können, die Leute und so weiter. Also so wie wir es auch haben bei uns, dass du wirklich einen Überblick hast über deine Akquisition. Weil das ist im Prinzip erstmal der Hauptsinn einer CRM und nicht da Immobilien zu verwalten. Sondern das kommt natürlich bei den Maklern ein bisschen dann danach erst. Sondern wirklich eine Pipeline zu bauen, die visualisiert, wie viele Leute sind denn hier im Kanal überhaupt drin mit Follow-up, mit Gesprächen, Telefonaten. Leitfäden und so weiter. Bis der am Ende des Tages überhaupt erstmal Kunde wird. Also einen Auftrag erteilt und so weiter. Wir wollen es gar nicht kompliziert machen. Aber der Punkt ist zuallererst mal, wie kann ich dann einfach in so ein Programm einsteigen? Damit ich ohne großen Aufwand das Programm nutzen kann. Und da geht es ja los. Onboarding mit der CRM-Software, mit dem Hersteller, dem Programmierer sozusagen. Dann Grundeinstellungen reinzubringen. So das kostet ja auch alles Geld. Und wir haben keine Scheu, Geld auszugeben oder zu investieren, wenn wir Geld haben. Genau und wenn das Timing richtig ist. Exakt. Aber bist du alleine und bist schon überfordert damit, Akquise, Einkauf und den Verkauf zu steuern, geschweige denn überhaupt mal zu organisieren. Und jetzt haust du dir noch schön in den Korb rein. Jetzt fange ich mal an, mich mit einer CRM zu beschäftigen. So was einfach auch Aufwand zur Folge hat und auch Wissen und Verstehen. Denn ich wüsste ja, da haut sich doch schon jeder Quereinsteiger, der schießt sich sofort ins Knie. Jetzt kommt die zweite, jetzt machen wir einen Schritt mehr. Jetzt kommt der zweite, der hat jetzt mehrere Objekte, ist aber immer noch alleine. Und der Zeitpunkt für die CRM ist, und der sollte relativ schnell stattfinden, Stell einen Mitarbeiter ein, der dann in der Lage ist, mit dir gemeinsam die CRM wirklich zu integrieren, der aber auch in der Lage ist, das Ding vernünftig zu bedienen. Und du brauchst Ressourcen dafür, also Mitarbeiter, die das Programm auch nutzen, beziehungsweise verstehen erst mal und dann auch nutzen. Und damit du dann so langsam anfängst, wie so ein Treppchen, wie so eine Treppe, das Ding immer mehr in der Praxis anzuwenden, beziehungsweise zu integrieren in dein Unternehmen. Aber wenn du keine Ressourcen hast, ja, und am Ende, die können es ja alle mal überprüfen da draußen, im Endeffekt hauptsächlich wird das Ding genutzt, Kontaktverwaltungsprogramm, Objektverwaltungsprogramm und dann vielleicht noch als Anfragen, automatisierter Anfragenmanager, damit man so diese ganzen Anfragen nicht mehr bearbeiten muss. Und dann hört es auch schon auf. Und am Ende haben die meisten ein Datensalat und ein Datenchaos in ihrer CRM. Und nichts, was wirklich von vorne, und das ist das Wichtige von vorne, praktisch kommt der Erstkontakt mit dem Verkäufer oder auch mit dem Käufer, ist ja jetzt egal, der Erstkontakt zustande. Das ist einfach durchsystematisiert. Genau. Und dann ist das, und auch ein Märchen. Komm, lass uns nochmal gerade mit dem Märchen. Ich verschränke wirklich die Arme dabei. Digitalisierung und Vollautomatisierung. Ich betone Vollautomatisierung. Totaler Schwachsinn. Einfach Schwachsinn, Punkt. Egal. 100 Prozent. Ich sage sogar aber noch eine Sache. Ich kann es sogar ein bisschen verstehen. Weil das schon so eine schön schimmernde, funkelnde Sache ist. Und nach dem Motto, CRM nimmt mir sehr viele Sachen ab und so weiter. Ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen. Absolut. Ist ja auch im Kern der Sache dann so, wenn ich es eben richtig mache, wenn eben diese Grundvoraussetzungen alle getroffen sind, von denen du gerade gesprochen hast. Man hätte es eigentlich nicht besser auf den Punkt bringen können, wie du es jetzt gerade erklärt hast. Weil genau das sind aber ernstzunehmende Fallen. Und ich sage, das gilt nicht nur für Quereinsteiger, sondern teilweise auch für Makler, die schon ein bisschen länger dabei sind, aber einfach trotzdem noch gar nicht das Level haben, damit das wirklich sinnvoll genutzt werden kann. Und ich glaube, damit ist das eine kurz und knackige Folge zum Thema CRM. Nicht ganz. Ich muss noch ein, zwei Sachen dazu sagen. Das Ding ist, weil der ein oder andere fragt sich ja vielleicht jetzt, welche Software ist denn jetzt gut oder welche ist die richtige? Und da muss man halt ganz klar sagen, ja, wir können das schon sagen. Ja, nur es gibt halt viele Programme und es kann tatsächlich am Anfang, im ersten Schritt sogar ein Vorteil sein, wenn jemand sich ein ganz einfaches Programm erst mal zulegt, ja, was auf seiner Stufe jetzt Sinn macht, eben um zum Beispiel die Kontakte zu verwalten und dann im nächsten Schritt, wenn er ein bisschen größer wird, kommt dann vielleicht was anderes in Frage. Das kann eine Option sein. Ich sage, die Excel-Tabelle am Anfang oder die Google-Tabelle, was auch immer, um überhaupt mal deine Daten zu verwalten und die Anfragen zu integrieren, beziehungsweise vor allen Dingen die Verkäufer, weil das ist viel wichtiger, die Verkäuferkontakte erst mal sauber im Griff zu haben, um zu managen. Ja, da kannst du aber genauso gut auch Outlook oder Apple-Kontakte oder was auch immer, du kannst da gewisse Groups anlegen. Für die ersten Schritte reicht das. Ja, so, dann ist wichtig, werde dir darüber im Klaren, ja, auch als Tipp jetzt, werde dir darüber im Klaren, wo willst du eigentlich hin? Willst du jetzt jemand sein, der, ich sage mal, ein Objektchen im Monat verkauft? Dann reden wir von zwölf Immobilien im Jahr, die, wenn wir ganz ehrlich sind, mit ein bisschen geschickter Handhabung und gutem Verstehen, kann die jeder auf der linken Arschbacke machen. Ja, also das ist wirklich keine Raketenwissenschaft. Ich will mal ganz kurz genau zu dieser Rechnung, zu diesem Beispiel eine Rechnung aufmachen. Viele sind sich da ja gar nicht bewusst drüber. Ich hole mal kurz meinen Taschenrechner raus. Zwölf Objekte im Jahr. Wie viele Stunden arbeitet der Durchschnittsmakler? Weil die sind ja alle total gestresst, alle sehr viel Arbeit und so weiter. Rechnen wir mal acht Stunden am Tag, okay? Die meisten arbeiten mehr, wobei die Frage ist, ob das effektiv ist dann. Ja, deshalb mal eine pessimistische Rechnung. Acht Stunden sind 40 Stunden in der Woche, okay, kannst davon ausgehen. Die meisten arbeiten ein bisschen mehr, weil sie auch Samstag... Egal, rechnen wir mal 40 Stunden die Woche mal 52, sind 2080 Stunden. Ja, wobei, jetzt kommt der Urlaub noch runter und so weiter. Ja gut, aber wir haben auch jetzt nur mit fünf Tagen. Viele Makler arbeiten ja sechs Tage die Woche wegen Besichtigungen und so weiter. Ja. Und das teilen wir jetzt mal durch zwölf Objekte. Das heißt, du arbeitest für einen Verkauf 173 Stunden. Das stimmt ja nicht, das ist ja Quatsch. Also wenn ich ein Objekt verkaufe, sind das 30 Stunden, that's it. Ja, aber das würde, wenn wir jetzt auf die Zeit, das ist ja zum Thema Effizienz, Effektivität 173 Stunden. Das stimmt ja nicht, das ist ja eine Lüge. Das ist eine absolute Unwahrheit. Lüge hört sich jetzt hart an, aber es ist eine Unwahrheit. Kein Makler arbeitet in Summe 173 Stunden für ein Objekt. Nee, nee, du hast es, ich meine damit, was, ich meine damit, was ist noch möglich? Ja, klar. Weißt du, darauf will ich hinaus. Aber die 173 Stunden, Leon, die sind halt nicht die Wahrheit. Weil das sind, im Endeffekt kannst du, kannst du jetzt von den 173 Stunden ist die Wahrheit, 30 Stunden, vielleicht 40 Stunden für ein Objekt sind notwendig. Okay, so und jetzt rechnen wir das mal hoch, zwölf Objekte mal 40 Stunden und erstens, wer also zwölf Objekte verkauft und tatsächlich acht Stunden in der Woche auf fünf Tage die Woche verteilt arbeitet, der macht, beschäftigt sich mit einem Haufen Unsinn. Ja, genau das, darauf wollte ich hinaus. Genau, genau das ist das Ding. Das machst du mit deiner Zeit. Genau, das heißt, er beschäftigt sich mit einem Haufen Unsinn, mit shiny Objects, mit irgendwas, was komplett… Und davon ist 100% auch das CM eine Sache. Ja, genau, also absolut Banane. Und das Ding ist, da ist so viel Potenzial am Start, wenn die Leute wirklich ihr Business richtig gut verstehen. Wir können ja dabei helfen, das ist überhaupt gar keine Frage, das meinen wir auch gar nicht arrogant, sondern wirklich zu sagen, Hey, wenn du zwölf Objekte verkaufst, stell dir die Frage, hast du was dagegen, 24, 36 oder 48 zu verkaufen im Jahr? Also wenn du was dagegen hast, ist okay. Ja, mach gerne so weiter und verschwende deine Zeit. Weil das Ding ist ja im Prinzip, wenn du effizienter arbeitest, ob mit oder ohne CRM, völlig egal. Aber wenn du effizienter arbeitest, also deine zwölf Objekte in eben diesen 40 Stunden mal zwölf, davon kann ich 480 Stunden, ja. So, das heißt, da mache ich ja eigentlich im Prinzip nichts anderes, als da kannst du fast das ganze Jahr irgendwo auf Bali rumlungern und hast einen Haufen Spaß noch dabei, ja. Ja, so, ich würde jetzt die andere Variante wählen und sagen, Mensch, fang doch an, ein richtig cooles Business zu kreieren. Und dann machst du halt alle acht Wochen eine Woche First Class Urlaub auf den Malediven oder auf den Sarschellen oder fährst nach Amerika, fliegst dahin, lässt es dir gut gehen und baust dir wirklich eine coole Company auf. Das wäre jetzt mal so das Gegenpicture. Ganz kurz, am Ende CRM. Also, es gibt viele gute Programme. Am Ende muss man natürlich schon das finden, was seinen Bedürfnissen am besten entspricht. So, wir können da, das tun wir auch im Coaching, wir empfehlen auch, aber man muss natürlich auch dazu sagen, für uns ist es immer sehr, sehr schwer. Wir haben auch schon Empfehlungen ausgesprochen. Also, wir tun uns da wirklich sehr schwer und wollen nicht immer nur einfach was raushauen, ja. Wobei wir beim CRM schon jetzt, da hat es schon eine klare Tendenz, aber auf die wollen wir jetzt hier nicht eingehen. Das machen wir dann, wenn man Kunde bei uns ist. Eine klare Tendenz im Bereich CRM, aber du hast schon recht mit dem Thema Empfehlungen. Das ist immer eine heikle Sache, deswegen. Genau, weil da ist halt eine Sache und das möchte ich gerne zum Abschluss noch rüberbringen, ist, dass die Leute wirklich eine Sache verstehen müssen. Da draußen ist das CRM, ist eine Solution, ist eine Lösung für ein Problem, wie Verwaltung, Vertrieb etc. Also, Customer Relation Management, ja, Relationship Management. Das heißt also, am Ende des Tages, es ist, was es ist und ein Softwarehaus muss Software verkaufen. Und auch keine Software Company wird hingehen und sagen, geh mal zu den anderen, das wäre das geeignetere Programm für dich. Genauso wenig wie eine Bank sagt, geh mal zu der anderen Bank, die haben eine bessere Finanzierung. Das macht keiner. Also bist du in der Verantwortung, also jeder da draußen ist in der Verantwortung, für sich herauszufinden, was brauche ich wirklich und was ist das richtige Tool für mich. Deshalb wäre es schlau, eben nicht einfach nur jetzt zum Bekanntesten oder zum Größten oder zum, keine Ahnung was, Billigsten zu gehen. Ja, und nochmal, no front, egal an wen, nur es geht darum, dass du eine vernünftige, solide Auswahl triffst. Und da gibt es verschiedene Entscheidungskriterien, die auch was mit Modernität zu tun haben, die etwas mit Flexibilität zu tun haben und so weiter und so fort. Und das ist nicht einfach mal eine Entscheidung, nur weil der Kumpel, Makler A, die Maklersoftware B nutzt oder weil so viele die Maklersoftware C nutzen, ist das jetzt die geilste. Das ist halt nicht korrekt. Ja, man muss auch manchmal davon ausgehen, dass vielleicht auch viele Menschen einfach Entscheidungen treffen, um jetzt einfach mal schnell das Ding aus den Füßen zu haben und eine einmal getroffene Entscheidung eben nicht umwerfen und sie aber trotzdem gerade schwarz ärgern. Ja. Ja, also ne, und es ist auch nicht damit getan zu sagen, eine Software wehrte ich ab, nur weil jetzt Immobilienscout sich daran beteiligt hat, ja, oder was auch immer, ja. Also man muss einfach da ein bisschen genauer hinschauen, wir helfen dabei, wir unterstützen unsere Kunden dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das CRM-Thema ist ein sehr heißes und aber auch sehr spannendes Thema, aber kostet natürlich auch ein bisschen Money und deshalb wäre es halt schlau, wenn man sich als Makler… Nein. Also jemand, der nebenberuflich Makler ist, braucht nicht viel Geld in CRM-Software reinzugeben und für vier Objekte im Jahr, also eins im Quartal, weil du Spaß daran hast, vielleicht ein schönes Auto zu haben und hauptberuflich noch was anderes machst, brauchst du keine CRM für. Ja, hundertprozentig. Okay, in diesem Sinne. In dem Sinne. Ciao. In dem Sinne. Ciao. In dem Sinne.